Hallo zusammen, hier ist wieder der Echela und heute bin ich wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Heute geht es nämlich mal wieder um ein Erkundungsachievement. Und zwar finden wir das in der Erkundung und dann Battle for Azeroth und dann heißt das Achievement Pilzernte. Und für diese Pilzernte müssen wir vier Pilzmobs töten. Und die sind auf ganz Zandala verteilt. Und den ersten habe ich jetzt hier einmal aufgetan. Und zwar ist der hier einmal in Voldum und dann befindet er sich ganz hier oben, ein bisschen versteckt, auf den Koordinaten 61, 18. Und ja, hier sitzt er. Mordobello heißt der. Mordobello. Ich hoffe, ich habe ihn richtig ausgesprochen. Und ihr müsst quasi hier bei diesen Spinnen hier hochlaufen und dann hockt er hier hinten in der Ecke, zwischen diesem kleinen Flusslauf, der zum Meer führt, und quasi diesen Ruinen. Und ja, ich würde sagen, ich boxe den mal um, beziehungsweise ich zeige euch lieber den nächsten, weil bis ich als Guardian quasi einen Single-Taggen-Mob umgehauen habe, dauert das doch ein wenig. Und wir sehen uns gleich beim nächsten wieder. So, den zweiten, den wir uns anschauen wollen, ist der kleine Murksling. Und den haben wir einmal in Nassmir und zwar hier relativ weit unten auf den Koordinaten 52, 69. Und dann müsst ihr einmal hier quasi außenrum laufen. Also hier rein in die gute Stube, in diese Ruine und dann hier außenrum um das Zeug. Dann kommt diese Treppen links oder rechts runter. Okay, ich glaube, rechts sind gar keine mehr. Und dann ist er quasi einmal auf der anderen Seite hier in der kleinen Ruine drin, den umgeboxt. Und dann, ja, wären es nur noch zwei. Dann haben wir den dritten, und zwar den grausamen Wulstling. Und den haben wir auch wieder in Nassmir, und zwar hier oben bei den Koordinaten 73, 49. Und da sind wir hier bei diesem Froschloa in der Nähe. Und hier ist es quasi so, dass wir hier unten haben wir zwei Höhlen und in die rechte müssen wir rein. Und da hockt dann hier der grausame Wulstling drin. Und den müssen wir umboxten. Ja, und dann haben wir quasi auch schon den dritten. So, dann habe ich den letzten nur aufgetan. Und zwar fehlt mir jetzt nur noch ein einziger, der gemeine Pauling. Und den haben wir in Zuldersaar. Und zwar hier relativ weit unten, hier ganz, ganz unten. Bei den Koordinaten 46, 79. Und zwar ist er dann hier am Strand, hinter so einem Baum versteckt. Und ich würde sagen, den besorgen wir uns jetzt mal. Und Nassin, oben, das ihr auch seht, das ist die Achievement aufploppt, das hier alles mit rechten Dingen zugeht. Und ja, das war es dann eigentlich auch schon soweit mit dem Achievement. Und ich hoffe, dem ein oder anderen konnte ich so ein bisschen weiterhelfen. Wenn euch das Ganze soweit gefallen hat, würde es mich freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben gebt. Und wenn ihr mehr solche Videos sehen wollt, könnt ihr mich natürlich selbstverständlich gerne, gerne abonnieren. Und jetzt könnt ihr noch zugucken, wie lang ein Guardian für einen Rare Mob braucht. Und zwar gefühlt 10 Jahre. Deswegen cutte ich das immer raus, bis ich die Mobs umgehauen habe. Weil es einfach zu lange dauert. Ja, wenn ich mir jetzt auch noch anfange hier zu heilen, dann brauchen wir noch ein bisschen länger. So, jetzt haben wir es geschafft, 29%. Komm, wir DPSen ihn noch. Wir DPSen ihn noch. Also, ihr könnt ruhig abschalten. Die Informationen sind durch. Es kann sich nur noch um Stunden handeln, bis ich ihn genutzt habe. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Und da kommt das Achievement. Das war's. Euer Tela. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.